Hallo, was geht? Max hier. Das Thema, um was es heute geht, ist der Grund, warum du auch eine sogenannte Mastermind-Gruppe gründen solltest. Was ist eine Mastermind-Gruppe? Letztendlich ist es nur eine Ansammlung von gleichgesinnten Leuten, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen oder mit dem selben Thema beschäftigen. Und der Vorteil einer Mastermind-Gruppe ist einfach der, dass die Summe der einzelnen Teile einfach größer ist, wie die einzelnen Teile für sich selber. Und du vielleicht weißt, also Persönlichkeitsentwicklung und all die Dinge, die man macht, also man beschäftigt sich eben mit seiner eigenen Seele, mit seinem eigenen Charakter. Man überwindet seine Ängste, man lernt eben auf Leute zuzugehen, zu kommunizieren, seine Komfortzone eben zu verlassen. Und eines der großen Probleme ist einfach das, es ist ein ziemlich, ab und zu mal ein sehr, sehr einsamer Weg. Gerade wenn du eben nicht das Glück hast, Freunde zu haben, die sich gerade eben mit demselben beschäftigen. Und wenn du eben keine Freunde hast, die sich damit beschäftigen, dann solltest du dir halt Leute suchen, die sich damit beschäftigen. Und jetzt ist das eben das große Problem, dass, wie bildest du quasi so eine Gruppe an Leuten, die sich eben mit demselben Thema beschäftigen, z.B. eben Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich hätte mir gedacht, wenn ich damit angefangen habe, seinerzeit schon vor ein paar Jahren, wie cool wäre es gewesen, wenn ich eben in meiner Nähe, also in meiner Stadt, Leute hätte, die sich mit demselben Thema, oder zumindest einmal randweise mit einem ähnlichen Thema beschäftigen. Und wie viel hätte mir das geholfen? Weil, wie gesagt, Mastermind-Gruppen haben einige große Vorteile, und über die möchte ich dann eben auch noch reden. Also wie cool wäre es gewesen, wenn ich quasi eine Gruppe hätte, die was mich unterstützt und die ich unterstützen kann, quasi eben im Austausch gleichzeitig. Dann, glaube ich auf jeden Fall, wäre meine persönliche Entwicklung weitergegangen. Aber zu der Zeit war ich eben noch nicht entsprechend proaktiv, weil, wie gesagt, Proaktivität, wie du weißt, ist eben eines der absolut wichtigsten, eine der wichtigsten Charaktereigenschaften,